Musik Hallo, euch allen eine besinnliche, friedliche Adventszeit. Und einen habe ich noch, einen Weihnachtswunsch. Ich möchte ein bisschen glücklich sein, ich möchte mich mit anderen freuen. Ich wünsche mir, dass mich jemand fragt, wie geht es dir und einfach sagt, ich mag dich und bin gern bei dir, das wünsche ich mir. Ich möchte ein bisschen glücklich sein, ein Anruf würde mich schon freuen. Hallo, wie geht's? Bis dann? Und dann? Rufst du mich morgen auch mal an? Ja, ganz bestimmt, so gegen vier. Das wünsche ich mir. Ich möchte ein bisschen glücklich sein, käme doch mal einer rein und sagt, ich hab an dich gedacht und dir mich selbst heute mitgebracht. Ich bleib, solange du willst bei dir, das wünsche ich mir. Ich möchte ein bisschen glücklich sein, ein Brief, ein Zettel winzig klein, ein Händedruck, ein nettes Wort, ein Lächeln. Und ich spüre sofort, mir geht es ebenso wie dir, das wünsche ich mir. Fröhliche Weihnachten!